Liebe Schach-Community, in diesem Video schaue ich mal wieder zum German Masters nach Rosenheim. Fünf Runden sind gespielt und in der fünften Runde kam es zum Duell zwischen Matthias Blühbaum und Alexander Donchenko. Zwei der besten deutschen Spieler, die Nummer zwei Blühbaum und die Nummer vier Donchenko der deutschen Rangliste. Dazwischen hat sich geschoben Frederik Swane. Da war ich ein bisschen überrascht. Ich habe auf die Liste geguckt. Frederik Swane inzwischen die Nummer drei in der deutschen Rangliste. Gut, Vincent Keimer thront natürlich oben auf, ist aber leider in Rosenheim nicht dabei. Und dann schauen wir uns jetzt in diesem Video natürlich die Partie zwischen Blühbaum und Donchenko. Und war eine sehr spannende Partie. Gehen wir direkt rein. Und ich erinnere euch gerne an die Rabattaktion des Co-Sponsors und meines Partners Millennium, Computerschachhersteller aus München. Mit dem Code TBG100 spart ihr aktuell 100 Euro auf den Phönix mit oder ohne Brett. Und im Video habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Ich werde euch den Phönix mal heute ein bisschen zeigen. So, Blühbaum beginnt diese Partie mit D4. Springer F6. Springer F3. G6. Und jetzt wählt er hier Springer C3. Ich weiß nicht, ob er das schon mal gespielt hat. Mal eine Überraschung. D5. D5 ist hier die Standardantwort. Das weiße E4 verhindern, damit weiß hier nicht das volle Zentrum bekommt. Also wenn man Läufer G7 spielt, dann kommt E4. Kann man spielen, muss man nicht. Dann hat man hier ein schönes Zentrum und dann geht man in die Pirz-Verteidigung über. Das ist eine Variante, die ich immer spiele mit weiß. So Läufer E2, Rochade und so. Aber in der Regel verhindern Schwarzspieler hier mit D5 das weiße E4. Das ist jetzt so ein Gemisch aus Londoner System. Ich glaube, das gehört zum Universum des Londoner System. Hat da einen eigenen Namen. Ich glaube, Milner irgendwas Gambit. Aber wobei, ich sehe gar nicht das Gambit hier. Läufer G7. E3. Kurz Rochade. Läufer E2. Bis hierhin alles sehr bekannt. Hier gibt es viele Züge für Schwarz. C5 ist der Hauptzug hier. Sofort das weiße Zentrum attackieren. Aber ich glaube, Donchenko war hier ein bisschen überrascht über die Eröffnungswahl seines Gegners und spielt Läufer G4. Entwickelt den Läufer. Er dachte hier 11 Minuten nach. Also er wollte wahrscheinlich den Hauptvarianten ausweichen. Jetzt Springer E5 hier. Starker Zug. Ganz typisch für diese Variante. Weiß stellt den Springer zentral auf. Greift hier den Läufer an. Schwarz tauscht ab. Die Dame nimmt. Und jetzt hat Weiß natürlich auch hier eine sehr flexible Aufstellung. Drei Leichtfiguren entwickelt. Dame ist im Spiel. und kann in beide Richtungen ruhig hier eine etwas bessere Entwicklung vielleicht. Deswegen. Wobei Schwarz natürlich auch den Königsflügel schon komplett entwickelt hat. Also richtig von Entwicklungsvorsprung kann man auch nicht sprechen. So es geht weiter mit E6 hier. H4. Der typische Angriff am Königsflügel beginnt hier in dieser Variante. Es gibt auch viele Partien, in denen Weiß viel früher mit H4 ankommt. Ohne Springer F3. Allerdings in der Eröffnung und dann schnell mit H4 loslegt. C5 greift das Zentrum an. Ja. Und das ist schon eine ganz wichtige Stellung in der Eröffnung für diese Partie und generell. Und hier die Frage an euch, wie würdet ihr fortsetzen? Hier mit Weiß. Erstmal gebe ich euch keine Auswahl. Ihr könnt euch ja mal überlegen, was ihr spielen würdet. Und dann gebe ich euch eine Auswahl. Spielt ihr hier lange Ruchade, bringt den König in Sicherheit und plant dann eventuell H5? Oder bereitet ihr das direkt mit G4 vor? G4 mit der Idee H5. Das sind so die zwei Kandidatenzüge hier, denke ich. Und in dieser Situation möchte ich jetzt mal den Mephistophönix einschalten, die Analysefunktion direkt zu Beginn. Dafür muss ich hier die Kameras einschalten. Da. Bums. Bums. Erstmal mein Mikro weg. Stört ja noch. Ist mir im Weg. Da seht ihr das schöne Brett, was ich habe von Millennium Plus, dem Mephistophönix. Ich habe die Stellung natürlich schon eingegeben. Und jetzt gehen wir hier mal auf Mode. Ich hoffe, ich könnte das sehen. Und dann Human Analysis. Und da seht ihr, dann fängt er an, der Mephistophönix zu rattern. Hier ist noch Stockfish 15 installiert. Es gibt natürlich inzwischen Stockfish 16. Macht aber nichts. Der Unterschied ist jetzt marginal für unsere Zwecke. Und ich habe natürlich die Stellung für mich schon lokal analysiert hier und habe den besten Zug natürlich schon gefunden. Und ihr seht, Stockfish 15 zeigt hier auf dem Phönix an. E1, C1. Das ist natürlich die lange Ruhade. Und das ist auch der beste Zug. Lange Ruhade führe ich mal aus. Zeigt Plus an. Jetzt zeigt es Minus an. Immer aus der Sicht des Spielers auf dem Phönix. B8, C6. Das ist eine ganz wichtige Variante hier. B8, C6. Ich mache mal die Züge hier auch auf dem Brett. Lange Rutsche hier. Springer C6. Und jetzt H5 hier. H5. Wird auch angezeigt. Und das ist eine wichtige Variante hier. Jetzt gibt es zwei Züge hier. Entweder auf D4 zuerst nehmen oder zuerst auf H5. Nehmen wir zuerst auf D4. Wir müssen zurücknehmen natürlich. E schlicht D4. Zack. Und jetzt Springer nimmt auf H5. Den Bauern hier. Das ist natürlich ganz typisch, dass man mit Weiß diesen Bauern opfert hier. Und es ist auch typisch, dass man jetzt sogar die Qualität opfert. Turmschlicht H5. Turmschlicht H5. G-Schlicht H5. Ja, natürlich. Was sonst? Zack. Jetzt nehme ich den Bauern mit der Dame. Dame H5. Zack. Und Weiß hat hier einen starken Angriff. Das bestätigt hier auch die Engine. Sieht einen leichten Nachteil für Schwarz. So ganz stimmt das nicht. Es gibt Läufer schlicht E5 hier. Ganz schwierige Variante. Läufer schlicht E5. D schlicht E5. Das ist auch die Variante, die hier angezeigt wird vom Phönix. Und jetzt F6. Und F6 ist der Zug, der Schwarz hier rettet. Sonst kommt... Es droht halt Turm H1 sehr stark hier. F6. Und das deckt die siebte Reihe ab. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, über die siebte Reihe halt in H7 zu decken. Mit Turm F7, falls Turm H1 kommt. Und hier gibt es eine sehr schöne Variante, die wollte ich euch noch zeigen. Läufer H6. Turm A. Hier sagt der Phönix D8 E7. Wahrscheinlich muss ich ihn ein bisschen länger rechnen lassen. Was ist mit Turm F7? Na, D1, D3, genau. D1, D3. Zack. Mit der Idee Turm G3. Hier geht aber Springer E5. Turm G3. Das ist eine ganz wichtige Variante hier. Für Menschen eigentlich gar nicht mehr zu rechnen. Das ist viel zu schwierig. König A8. Ja, Springer G6 verliert wegen Turm G6. HG6, Dame G6, Schach. Und dann gewinnt man hier den Turm. Deswegen König H8. Beziehungsweise man gewinnt nicht den ganzen Turm, sondern zwei Leichtfiguren für den Turm. Das ist viel zu gut. König A8. Und hier gibt es einen ganz wichtigen Zug mit dem Weiß, die Stellung hält. Sonst steht da einfach schlecht. Dame F7. Dame F7. Ganz wichtige Variante. Springer F7 natürlich. Und ihr seht schon, was kommt. Läufer G7, Schach. König A8. Einziger Zug. Läufer schlägt F6. Schach. Wir bekommen die Dame wieder. Und am Ende kommt aber ein Endspiel raus. König F8 natürlich. Und jetzt Läufer F8. Turm schlägt D8. Läufer D8. König F8. Läufer D8. Turm D8. Und Springer E2. Genau. Das ist auch die Variante, die Stockfish 16 anzeigt bei mir lokal. Ich nutze natürlich einen starken Rechner, einen schnellen Rechner. Und interessanterweise sagt hier, Stockfish 15, das Weiß hier minus 0,5 ungefähr Vorteil hat. Also plus 0,5 für Weiß. Das ist aus der Sicht von Schwarz hier. Ganz so. Und wir erinnern uns natürlich, Stockfish 15 war noch ein bisschen, ja, ein bisschen optimistischer immer bei der Beurteilung. Stockfish 16, es geht ein bisschen runter von der Beurteilung. Sagt hier 0,2 ungefähr. 0,1, 0,2. Also jetzt kein signifikanter Vorteil. Etwas angenehmeres Endspiel für Weiß. Das deckt sich schon von der Zugfolge her. Stockfish 15, wir erinnern uns noch, war ein bisschen sehr optimistisch immer bei den Bewertungen. Und das deckt sich hier so ein bisschen mit der Bewertung vom Phoenix. Und ich weiß nicht, ob Stockfish 16 nochmal draufgespielt wird über Firmware Update irgendwann. Mal schauen. Aber auf jeden Fall ist das die Analysefunktion, die man nutzen kann mit dem Phoenix, um sich Züge anzeigen zu lassen. Man kann die Züge auch ausschalten. Das geht hier über Display Settings irgendwo. Chess Settings und hier Display. Dann kann man das hier auch ausschalten. Hier gibt es Hint, Main und Expert. Wenn man alles ausschaltet, dann wird nur der Bewertungsbalken angezeigt. Aber ich habe jetzt natürlich für euch, wollte ich natürlich auch die Variante anzeigen lassen. So, das ist die Analysefunktion des Phoenix. Wir gehen mal wieder zurück. Und jetzt schauen wir natürlich nochmal hier auf die Partie. Dann gehen wir zurück zur Partie. Lang analysiert. Was hat Blühbaum gemacht hier in dieser Stellung? Er hat nicht Lange Ruchade gespielt. Vermutlich der beste Zug hier Lange Ruchade. Sofort mit H5 dieser Idee. Sehr gefährlich. Er spielte G4. Bereitet H5 mit G4 vor. Natürlich auch sehr menschlich. Sieht auch sehr gefährlich aus, was er hier treibt. Schwarz muss schnell Gegenspiel kreieren. Springer C6 natürlich, Entwicklung. H5. C schlicht D4. So, jetzt hängt der Bauer. Deswegen müssen wir auf C6 zwischennehmen hier. BC6, CD4. Das sieht eigentlich ganz gut aus für Weiß. Schwarze Felder hier. Muss man aufpassen. Nicht, dass hier sowas kommt. Oder sowas hier. C5 sofort von Donchenko. Stockfisch ist nicht ganz zufrieden. Er sagt lieber Dame E7 hier. Besser. Mit der Idee Dame B4 und Gegenspiel. Aber gut, C5. Nimmt auf C5 den Bauern raus. Warum auch nicht. Ist erstmal ein Mehrbauer. Das ist gut. Ich muss mal kurz was machen hier. Und hier geht es weiter mit D4. Auch das gefällt Stockfisch nicht. Besser hier Dame A5 Gegenspiel. Fesseln. Den Bauern angreifen. Eventuell Springer E4. Aber gut, D4. Und hier dachte Matthias jetzt eine halbe Stunde nach. Er hatte auch sehr viel Zeit. Weil er in der Eröffnung viel schneller unterwegs war. Und er spielt hier lange Ruchhade. Aus meiner Sicht ein offensichtlicher Zug. Fesselt den Bauern. Aber es gab hier einiges zu berechnen für den guten Mann. Und der Grund ist Springer D5 hier. Angriff auf den Läufer. Springer D5. Dame D5. So, jetzt hängt der Bauer C5. Das ist aber egal. Der A2 hängt. Das ist natürlich viel wichtiger hier auf den A2 zu schauen. Weiß hat ja erstmal einen Bauern mehr. Kann einen wiedergeben. Und hier spielte er sehr schnell Läufer D6. Greift den Turm an. Deckt den Bauern. Es gibt hier aber einen besseren Zug. Das ist aber alles sehr schwierig. H6 ist hier besser. Diese Einengungsstrategie. Wenn der Läufer nach F6 geht. Und jetzt G5. Darauf muss man erstmal kommen. Nimm, 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 nimm. Dame C5. Dame D4. Es droht Matt hier. Plötzlich. Also sehr konkret. Nimm, nimm. Und dieses Turm-Endspiel ist besser für Weiß. Dafür brauche ich keinen Stockfisch. Um das zu erkennen. Weiß hat hier schon Freibauern auf der C-Linie. Aber es ist natürlich gut, wenn Stockfisch das bestätigt. Und es gibt hier ein paar Probleme auf der siebten Reihe eventuell. Für Schwarz mit der Grundreihe hier mit dem König. Das Turm-Endspiel ist besser. H6. Ein sehr starker Zug. Es ist immer so schwierig zu entscheiden. Soll ich die H-Linie öffnen für den Angriff? Oder soll ich den Gegner einengen? Noch mehr Raum gewinnen? Ich kenne beide Variationen. Es ist sehr konkret immer. Man kann nicht automatisch sagen, nö, ich öffne die H-Linie, ist besser. Das hängt häufig von der Stellung ab. Und hier ist diese Einhängungsstrategie auch sehr, sehr stark. Okay, es kam hier Läufer D6 aber. Und jetzt spielt Donchenko sehr richtig Dame A2. Nimmt den Bauern raus und sagt, nimm raus die Qualität, ist mir egal. Ich kriege Gegenspiel. Das ist auch richtig. Und Matthias verzichtet auf die Qualität, spielt Dame B5. Dame B5, die Dame steht hier nicht goldrichtig. Besser ist es hier, Dame D3 zu spielen. Die dritte Reihe zu überdecken. Und die Dame zentraler aufzustellen. Dame B5, okay, macht Dame B5. Turm FD8. HG6, HG6. So, Einhängungsstrategie nicht mehr. Das ist ja möglich. Turm A3. Turm A3 deckt die dritte Reihe. Droht Turm A3 so ein bisschen. Ich muss sagen, F4 gefällt mir hier ganz gut. Wenn ich zu F5 komme und das Ganze hier aufreiße, dann öffnet sich hier noch eine weitere Linie. Ja, die G-Linie, das kann Schwarz nicht machen, sich die öffnen lassen. Aber F5 ist hier eine starke Drohung. F4 gefällt mir sehr gut. Okay, stattdessen Turm A3. Bereitet natürlich auch die Verdoppelung der Türme vor. Dame D5 sehr stark. Droht hier so Dame G5 Schach und Gewinn des Bauern hier. Ja, und Weiß hätte jetzt hier Dame D3 spielen können. Auf Dame G5 Schach kommt natürlich F4, Dame G4. Und dann hier rüber. Sehr gefährlich. Stattdessen Dame B3. Ich hätte vielleicht König B1 gespielt, wenn ich ehrlich bin. Wobei das... Ne, Quatsch, das geht nicht. Wegen Turmschlicht D6. Das waren natürlich die Drogen hier. Wegen der Fesselung. Die Dame musste schon ziehen. Aber Dame D3 ist besser als Dame B3. Und jetzt kommt Turm D6 hier. Sehr interessant. Ergibt die Qualität. Der Läufer ist halt sehr, sehr stark hier. Verhindert auch Turm B8. Was sehr lästig wäre. Opfert hier die Qualität. Turm D6, CD6, Dame D6. Schwarz hat Läufer und Bauer für den Turm. Genau, jetzt droht wieder Dame F4 Schach. Hier war auch die Geschichte mit Gewinn des Bauern. König B1 wäre jetzt an der Zeit gewesen, den zu spielen. Aber weiß spielt Dame C4. Dame F4 Schach. Dame G4. Ja, Schwarz lässt sich nicht lumpen. Sagt, den kann ich nehmen. Wieso nicht? Und das ist auch eine sehr schwierige Stellung hier. Wer von uns würde nicht Turm D, H1 spielen? Mit dem versuche ich auf der H-Linie anzugreifen. Allerdings, der Läufer verteidigt den König natürlich sehr gut. Es ist sehr schwierig auf der H-Linie etwas zu erreichen. Sehr stark ist hier Turm Hd3. Wir müssen natürlich den Turm auch hier beschützen. Zum Beispiel E5, F3. Das ist die Idee. Dame muss irgendwo hin. Und dann Turm B3. Und zwar am Damenflügel spielen. Hier ist eine Schwäche. Am Königsflügel können wir gar nicht groß angreifen hier mit weiß. Besser ist es, am Damenflügel aktiv zu werden. Und versuchen hier die siebte Reihe zu nutzen für die Türme. Hier ist deutlich mehr Platz für die weißen Schwerfiguren. Okay, stattdessen Turm D, H1. Dame E4, zentralisiert die Dame. Turm H4, Dame E5. F4, verpflichtend dieser Zug. Dame F6, weil dieser Bauer jetzt sehr schwach ist hier auf F4. Dame D3, möchte eventuell hier rüber. Turm B8. Aber man merkt schon, hier geht es für weiß nicht wirklich weiter. Er spielt Turm H7. Möchte eventuell hier vertrippeln. Aber da droht gar nicht so viel. A5. Jetzt kommt der schwarze Angriff am Damenflügel. König A1. Das gefällt Stockfisch überhaupt nicht, den König hier hinzustellen. Besser König A2, um aus dieser Diagonale wegzugehen. Und das Feld A3 sofort decken. Aber gut, König A1. Und hier gibt es schon mit A4 einen sehr starken Zug, der allerdings nicht so einfach zu berechnen ist in der Tiefe. Es gibt hier zahlreiche Möglichkeiten mit A3 zu attackieren. Wenn die Dame weggeht, dann D3. Druck machen hier. Und wenn C3 kommt, dann kommt D2. Der Bauer ist sehr stark. Dieser Freibauer. Aber alles nicht so einfach zu berechnen. Donchenko spielt hier Turm B4. Dame E4. Hier, guckt hier hin. Turm B8 geht zurück. Dame D3 bietet die Zugwiederholung an. Schwarz steht aber inzwischen besser und sagt, nö. Turm D8. Turm 7, H4 zurück. Man kann natürlich auch die ganze Zeit fragen, warum hat Schwarz den Bauer in F4 nicht genommen. Es gibt Ideen halt auf der H-Linie zu vertrippeln, wenn Schwarz abgelenkt ist. Und der Bauer F4, der macht sowieso nichts. Der ist eh schwach. Bis in alle Ewigkeit. Den muss man nicht nehmen, zu diesem Zeitpunkt. A4. Sehr stark hier. Es kommen jetzt Ideen mit A3. Tauchen am Horizont auf. König A2. Möchte hier das Feld nochmal decken. Geht aus dieser Diagonale raus. Turm B8. Turm H7 geht wieder zurück. So ein bisschen fehlt Weiß der Plan hier. Es droht eigentlich nichts. Weiß droht da nichts. Es ist nur so, wenn Schwarz hier nimmt auf F4, dann könnte ich mit Dame H3 genug Gegenspiel kreieren. Also wenn ich die Dame ablenke, jetzt droht Turm A8. Wenn die Dame zurückgeht, dann verliert Schwarz sogar wegen dem hier. So was hier. Das ist eine ganz wichtige Kombination. Klar, diese Bauern würden noch rollen. Es gibt ein bisschen Technik hier, aber es ist gewonnen für Weiß. Also das ist die Kombination, die auf die Weiß die ganze Zeit spielt, indem er die schwarze Dame ablenkt. Aber Schwarz ist ja nicht gezwungen, den Bauern zu nehmen. Der Bauer ist im Moment auch nicht besonders wichtig. Stattdessen Turm C8. Dame A6 greift den an, greift hier an. Dame D8. Ja hier, die fragwürdigen Zeichen sind drin, weil Stockfisch immer wieder bessere Züge vorschlägt, aber es ist egal. Beide waren auch jetzt so langsam in Zeitnot. Dame D3 zurück. Turm C5. Dame H3. So, jetzt droht wieder hier ein bisschen was. Muss man aufpassen. Deswegen Dame F6 zurück. Deckt alles. So, jetzt ist kein Turm auf B8, deswegen bringt Turm H8 nichts. Läufer H8, Dame H7. Okay, laufe ich weg. Passiert nichts. Dame F3. Guckt in die Richtung. Turm D5 blockiert hier die F-Linie. Turm 1 H2. D3. Jetzt kommt der Bauer nach vorne, öffnet die Diagonale, es droht matt. Nimmt raus. Der Turm deckt hier B2. Das war die Idee des Zuges. A3. Super stark. Die Idee funktioniert jetzt hier gut. Was soll weiß machen? B schlicht A3 ist matt, wegen Dame A1. König B3, Dame B1. König irgendwo hin und dann Dame B5. Oder König A4 ist das Gleiche. Weiß darf nicht nehmen, muss König A3 spielen. Turm A5 Schach. König B3. Der weiße König plötzlich im Freien hier. Dame D4. Es geht hier sehr viel um Königssicherheit. Der weiße König ist natürlich zu offen. Und der Läufer auf G7 ist natürlich sehr, sehr stark hier. Erinnert natürlich auch an Sizilianisch-Stellungen, wie Drachenvarianten, oder auch Neidorf, hin und wieder, wenn der Läufer vieranketiert wird. Das kommt eher selten vor natürlich. Also ein Dragondorf. Sehr gefährlich. Dame C6. Für Weiß sehr schwierig zu verteidigen hier. Dame D3. König B4. Greift den Turm an. Es droht auch Dame E8. Man muss aufpassen hier mit Schwarz. Dame D8. Einziger Zug. Deckt den Turm. Verhindert Dame E8 Schach. Turmschlicht G7. Bester Versuch für Weiß. König G7. Dame C3 Schach. Einfach hier so Gegenspitze erzeugen. E5. Blockt hier die Diagonale. Weiß spielt Dame E3. Ja, warum nimmt er hier nicht raus? Wegen Dame B6. Und schwuppsdiwupps. Da ist die Mama weg. Deswegen kann er nicht rausnehmen. Dame E3. Verhindert Dame B6 Schach. Immerhin. Turm D5. Es gibt natürlich auch andere Züge. Stockfisch würde in so einer Situation natürlich sofort gewinnen mit Schwarz. Weil er natürlich immer alles durchrechnet. Für Weiß sehr schwierig. Also für den Menschen natürlich sehr schwierig immer alle Varianten zu berechnen in so einer Stellung. D schlägt E5. Dame A5. Übrigens hier droht natürlich auch Weiß zweizügig matt. Dame A5 Schach. König B3. Dame B5. König A2. Dame A4. Dame A3. Ja, König B1 kommt natürlich Turm D1. Dame A3. Dame C4. B3. Die Damen würde ich ja erstmal nicht tauschen mit Schwarz natürlich, weil der weiße König so offen steht. Dame F4. Ja, hier gewann zum Beispiel Dame C7 sofort die Partie wegen dieser Drohung. Und da. Auch sehr schön. Dame F4. Wer würde nicht so spielen? Greift den Turm an, greift den Bauern an. Weiß muss Turm E2 spielen. Dame F1. Sehr leichtes Spiel für Schwarze. Der schwarze König relativ sicher. Turm C2. Turm D1. Dame B4. Turm A1. König B2. Dame B1. König C3. So ein bisschen Trial and Error hier. Dame E1. Turm D2. Hier gewinnt Turm C1. Sehr schön. König B2. Turm C8 mit der Idee Dame C1. Aber gut, lassen wir mal stehen so. Turm D1 greift den Turm an. Der König muss ziehen. Ne, die Dame. Dame F4 deckt den Turm. Und jetzt entscheidet sich Schwarz ins Damenentspiel überzuleiten. Schlagen, schlagen. Dame E5 Schach. Und hat jetzt diese zwei Bauern. Das sollte gewinnen. Aber Weiß gibt natürlich noch nicht auf. Er hat ja auch noch einen Freibauern hier. Dame C7. König B4. F5. Die Bauern laufen jetzt. Dame D4 Schach. König F7. Dame H8. Droht hier die Dame zu gewinnen. Vorsicht. Dame B6. König C4. Dame E6. König B4. Schön zusammenhalten alles. Und jetzt läuft der Bauer. Dame H1. G5. Die Bauern laufen. Wie ich schon häufiger gesagt habe in meinen Videos. Freibauern müssen laufen. König C3. Dame E3. König C4. Der weiße B-Bauer kommt gar nicht nach vorne. F3. F3. Jetzt ist der Bauer schon sehr weit vorne. Schwarz steht auf Gewinn. Dame H3. Das ist ein kleiner. Das ist ein Fehler. Wegen Dame E6 Schach. Da war Matthias müde. Hat jetzt hier den Damentausch zugelassen. Und das Bauernendspiel ist gewonnen. Deswegen gab er auf. Wegen Dame E6. König E6. Und diese beiden Bauern sind nicht aufzuhalten. Natürlich kann der weiße König rüberlaufen. Aber Schwarz kann einfach hier in aller Ruhe erstmal den B-Bauern abholen. Und dann zurücklaufen. Und dann mit den beiden Bauern hier gewinnen. Weiß kann ja nicht hier. Klar, er kann da schlagen. Aber dann läuft der F-Bauer natürlich zur Dame. Ja, schöner Sieg für Alexander Donchenko hier. Mit Schwarz gegen Blühbaum. Das ist ein Big Point für ihn. Beim German Masters. Wir schauen mal auf die Tabelle. Na, schön direkt eingeblendet. Hier auf Chess Results. Fünf Runden sind gespielt. Im Open, wo nur Männer mitspielen, führen Donchenko, Wagner und... Ach, Donchenko und Wagner mit 3,5 aus 5. Rasmus Svane, Leonardo Costa mit 3 aus 5. Leonardo Costa, sehr starkes Turnier für den 15-Jährigen bisher. Stand auch gegen Frederik Svane mit Schwarz über lange Zeit auf Gewinn. Also wirklich sehr starker Auftritt. Friedmann, ganz solide. Matthias, 2,5. Dahinter Svane, Noe und Prosikin und Rosenek. Dann haben wir noch natürlich die Frauen. German Masters der Frauen. Da führen 3 Spielerinnen vorne mit 4 aus 5. Jana Schneider, Dinara Wagner, Hannah-Marie Kleck. Und genau. Ich schaue natürlich so ein bisschen auf meine Spielerinnen auch. Vom HSK, Sarah, Melanie. Melanie leider kein gutes Turnier bisher. In den letzten 4 Runden wird sie aber gewinnen. Wird schon wieder besser aussehen. Alles klar, das war es von mir jetzt. Und denkt dran, mit dem Code TBG100 könnt ihr auf den Mephisto Phoenix 100 Euro sparen. Mit oder ohne Brett. Schönes Brett hier. Könnt ihr jetzt nicht sehen. Ihr könnt es aber hören. Alles klar, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Mach es gut.